Was sind das für Geräusche, die das Tier immer wieder macht? Ah, wie sollte man das erklären? Erklär's einfach. Ja, so ein Quicken ist oder ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Jagersprache heißt. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ja, ja. Ich hörte es sehr gut. Das hast du richtig laut gehört jetzt. Ja, das ist ja gut. Ich hätte auch die Halsschöne geprüft. Und spüren leicht, aber nicht so. Das ist so.